Hallo, hast du einen Augenblick? In diesen Tagen der Krise ist ab und zu von Herdenimmunität die Rede. Gemeint ist, dass die ganze Bevölkerung wie eine Herde infiziert wird, die Krankheit durchlebt und sich dadurch letztlich immunisiert. Bei dem Stichwort Herde habe ich gleich eine Schafherde vor Augen. Das Bild vom Hirten und der Herde kannst du dir bestimmt vorstellen. Wenn ich manchmal an den Donnersberg fahre, im Sommer, dann zieht ab und zu ein Schäfer mit seiner Herde über die Wiesen und Felder. Irgendwie der Inbegriff einer Idylle, alles geht so ruhig und gemächlich zu. Ab und zu ein Pfiff und die Hütehunde scheuchen die Nachzügler wieder zur Herde zurück. Doch der Hirtenjob ist ganz schön hart. Draußen sein bei Wind und Wetter, die Tiere zur Weide und zum frischen Wasser führen und pflegen und sie abends einzäunen und bewachen. Eine große Aufgabe ist das. Zwischen 60 und 200 Euro ist so ein Tier immerhin wert. Der zweite Sonntag nach Ostern ist von dem Motiv des guten Hirten geprägt und wird daher auch als Hirtensonntag bezeichnet. Die Lesungen im Gottesdienst sprechen von Gott als dem guten Hirten und von Erfahrungen mit schlechten Hirten. Dieser Sonntag heißt Misericordias Domini und leitet sich vom Beginn des früheren lateinischen Wechselgesangs im Psalm 33 ab. Misericordias Domini plena est terra. Zu deutsch, die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Und dazu wird der Psalm 23 gelesen. Den hast du bestimmt schon mal gehört oder sogar im Konfirmandenkurs auswendig gelernt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In einer der großen Gleichnisreden des Johannes-Evangeliums sagt Jesus von sich selbst, Ich bin der gute Hirte. Und er führt das Bildwort aus. Der gute Hirte kennt die Schafe und ruft sie einzeln beim Namen. Die Schafe erkennen ihn an der Stimme. Bis zur Hingabe des eigenen Lebens setzt sich der gute Hirte für die Herde ein. Und er sucht das verlorene Schaf und trägt es auf der Schulter zurück zur Herde. Das bedeutet, dass ich behütet bin, auch wenn es mal dunkel wird im Leben, so wie in diesen Tagen. Gottfried Rust, Kaiserslautern 8. 9. 10.